So, das hier ist das, was Shepard geschickt hat. Ey, wenn ihr wüsstet, was in M.D. abgegangen ist, ne? M.E.S. Wir waren drin. Oh, dann war endlich Ruhe. Dann hörte ich nur noch irgendwie, wer abgestochen am Würfelpark. Ich fahr los. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und stellen ihnen wie für einmal folgende Leistung, Produkte, Lieferung in Renklob. Fischer? Ja, Fischer und keine Ahnung. Den Namen kenn ich nicht. Ja, ja, hinten West Side. Steiner. Wer ist denn der noch? Danke für das Interesse an unserem Flyer. Gerne möchten Sie an unseren Kunden beheimen. Wir planen gleich Sie an einem neuen Flyer, nur leider haben Sie uns die Rechnung nicht weiter bezahlt und die Fristen sind abgelaufen. Wir sind eine Geise, Sie sollten sich anfangen zu funken, so wir leider zu benötigen, die Gewalt anzuwenden. Die hatten einen Hi-Biz abgekriegt, deswegen geh ich den her. Das ist der Los mit Shepard, Alter. Zweit auf dem Boden und haben sich wie die letzten... Zweit auf dem Boden und haben sich wie die letzten...